Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Die Regale sind bei uns zwar den ganzen Tag gut aufgefüllt, trotzdem hat das Einkaufen am Morgen früh einen besonderen Reiz. Nicht zuletzt wegen dem Coop-Restaurant, wo man sie je nach Öffnungszeit schon ab 7.00 Uhr zum einen gemütlichen zum Morgen erwartet. Andere sind für sie nämlich noch früher aufgestanden und haben alles bereit gemacht, was ihnen den Start in neuen Tagen so richtig erleichtert. Frischpresste Säfte, feiner Coop-Kaffee, Gipfeli, Weckli und knuspriges Brot, Sandwich und beleidete Brötchen in allen Variationen, das gesunde Naturaplan-Muesli und alles, was halt sonst zu einem Errechten zum Morgen gehört. Und das alles zu Preisen, die das Stimmungsbarometer von jedem Morgenmuffel sofort steigen lässt. Coop-Restaurant machen jetzt den eingefleischten Mörgler ein ganz besonderes Angebot. Zwei Warmgetränke wie Kaffee, Ofen oder Tee, was sie lieben möchten. Dazu eine Portion Gonfi und eine Portion Anken, ein Buttergipfeli und ein Coop-Naturaplan-Brötchen. Das alles kostet statt dem sowieso schon günstigen Normalpreis jetzt nur 3,50. Und damit diejenigen, die doch noch etwas länger schlafen möchten, auch auf die Rechnung kommen, gilt das Angebot jeweils bis zum 11.00 Uhr. Falls Sie das Coop-Restaurant, was ich zwar nicht glaube, noch nicht kennen sollten, dann noch ein paar zusätzliche Informationen. Coop-Restaurant hat es an den bequemsten Standort in der Stadt und auf dem Land 120 Mal in der ganzen Schweiz. Von A wie Arbon bis Z wie Zoli kaufen. Sie finden dort eine grosse Auswahl an Tagesmenüs, Snacks, Salats und Desserts. Auch Biofans sind herzlich willkommen, schon wegen dem neuen Naturaplan Mischsalat. Jede Woche steht ein komplettes Menü für weniger als 10 Franken auf der Karte. Diese Woche ist das zum Beispiel eine Hirsch-Pfeffer-Bündner-Art, die Ihnen der Küchenchef für 9,90 Euro offeriert. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch nach dem Morgen gibt es eigentlich immer einen Grund zu einem Besuch im Coop-Restaurant. Auch zum Einkaufen bei Coop gibt es immer einen guten Grund, weil man zum Beispiel auch die bekanntesten Marken bekommt. Herr Schwarz, Sie waschen aber oft... Täglich, Frau Weiss, täglich, damit die Wäsche immer frisch riecht. Das neue Daschfoutur macht tagelang frisch. Das können Sie mir doch nicht weiß machen. Dann kommen Sie mal mit. Die frische Kapseln in Daschfoutur machen die Wäsche tagelang frisch. Vor fünf Tagen gewaschen. Mmmh, sauber und immer noch frisch. Ganz ohne Weichspüler, Dasch ist eben immer ein Sonderangebot. Toll. Ach Herr Schwarz, haben Sie mein Daschfoutur gesehen? Jetzt tagelang frisch ohne Weichspüler. Daschfoutur ist immer ein Sonderangebot, weil der Weichspüler schon drin ist. In einen ganz normalen Tag klingt Kinderlachen hell hinein. Ein Liebeswort, ein kleiner Blick, ein ganzer Tag voll Sonnenschein. Dein Wertes ist genauso seins, so glitzernd golden und so reich, so sannig und unheimlich gut. Ihr seid einander gleich. Werdes und du spürst genau, was man im Leben nie vergisst. Wenn jemand, der dich liebt, dir sagt, dass du was ganz Besonderes bist. In vielen europäischen Ländern wird heute Feta hergestellt. Meistens aus Kuhmilch und mit einer Reifenzeit von drei bis vier Monaten. Ein traditioneller Feta hingegen entsteht aus Schafmilch und braucht ein ganzes Jahr zum Reifen. Und genau so einen original griechischen Feta gibt es jetzt bei GOP. Der Feta Hotos im Block und als Würfel verfeinert in Sonnenblumen und Olivenöl. Wir im Studio und bestimmt auch Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer sind jetzt gespannt, wie Armin Amrain mit diesen Spezialitäten umgeht. Grüezi miteinander. Ich habe mich für ein Feta-Picata entschieden und brauche für das die Feta Hotos am Stück. Den Block zuerst einmal der Länge noch abeinander schneiden. Dann die Fetascheiben im Mehl wenden. Durch das aufgeschlagene Ei mit griebenem Parmesan ziehen und im heissen Anken goldgelb Braten. Schon vor der Sendung habe ich dazu ein Tomaten-Jetney vorbereitet. Tomaten und Apfel habe ich geschält und entkernt, Zwiebeln und Knoblauch fein gehackt, verdrückte Pfefferkörner, Salz, Rohrzucker und Kräuteressig dazugeben und unterrühren alles während rund 1-1 Viertelstunde so einer dicken Masse einkochen. Jetzt kann man von dem Tomaten-Jetney auf den Teller geben und das Feta-Picata darauf anordnen. Auf Wunsch von vielen Zuschauern finden Sie das Rezept vom Coop-Studio jetzt übrigens auch in der Coop-Zeitung und nach wie vor auf dem Internet. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Wohnen mit Top-Tip heisst gut und günstig einrichten. Und alles, was wir Ihnen aus dem vielseitigen Möbelkatalog zeigen, können Sie in der Regel mitnehmen. Gut zu schlafen kann man mit dem exklusiven Trendprogramm Kiki. Die unzähligen Variationen und Einzelteile passen in jeden Wohnbereich. Zum Beispiel das Bett im Buchedekor für 745 Franken. Oder der vierteuerige Spiegelschrank für 995 Franken. und viele weitere Kombinationsmöglichkeiten. Passend dazu finden Sie in allen Coop-Top-Tip-Ausstellungen die Metallkleiderbügel in diverser Farbe zum Preis von 2.90 Franken pro Stück. Mit günstigen Angeboten geht es jetzt gerade weiter. Und zwar kostet ein Kilo Lavalettrauben aus Frankreich 1,80 Franken und 10 Tafeln Lola Milchschocchi tatsächlich nur 4,95 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen einen Schlafsack mit Kapuze und Füllmaterial aus Thermofiber ganz in 30 Franken günstiger. Auch einen Preisabschlag hat es diese Woche. 24 Päckige Ronda Papiernasstücher kosten ab sofort nur noch 2,90 Franken. So viel für heute aus dem Coop-Studio. Ich hoffe es hat auch für Sie etwas dabei gehabt. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Danke. 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 Danke.